Wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD! AfD! Wer knallt alle Asylanten weg? AfD! AfD! Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD! AfD! Und wer wirkt dabei trotzdem nicht? AfD! AfD! Wer geht AfD noch wählen? Keiner! Keiner! Wie groß wird ihr Wahlerfolg? Kleiner! Kleiner! Wer will die Partei hier haben? Keiner! Keiner! Wie werden ihre Sprüche immer? Gemeiner! Gemeiner! Wer wirkt eigentlich ganz nett? AfD! AfD! Für wen sind alle Straßen gesperrt? AfD! AfD! Wer knallt alle Asylanten weg? AfD! AfD! Und wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD! AfD! Und wer ist der größte Populisten-Dreck? AfD! 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 Untertitelung des ZDF, 2020